Und da will ich, äh, Daff Da muss ich gleich Action haben, okay, warte Ich hol mir die Waffe, los geht's Einer liegt Ahhhh Da sind die Kinder Okay, den einen hab ich schon mal geholt Hinter den Stein Da war's und da weder, ne Der war richtig weiß Okay, warte, 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 warte Da kommt noch einer Äh, warte, 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 ich hab dich gleich So, alle auseinander genommen Hab ihn Und oben ist noch einer Hab ihn auch Ich guck, das ist ein Auto Ich guck, das ist ein Auto Ich fahr der Wandfahren zu aller Fälle Schüsse Hier unten ist niemand Ich laufe Scheiße, die Zone ist am Hasseln Wir ziehen durch, die Zone ist am Hasseln Vorne links wird geschossen Hier können wir ein paar Pilze essen Was kann man da überhaupt streicheln Bei dir da Mensch Streich hier jetzt hier nicht meine Eule Hab ihn Hab ihn Was sind denn die alle? Warte mal Warte mal Irgendwo hat's Komm, wir nehmen jetzt hier mal das Auto Hier hinten hat man Jetzt hinten irgendwo hat's hier geschossen Hier ist eh niemand Hier ist ein Auto Ich spiele ein Auto Und Ich spiele ein Auto Ich spiele ein Auto Ich spiele ein Auto hab sie hast ihn der krabbelt auch noch irgendwo anders muss ja noch sein kumpel sein ich hab ihn sogar gehandshottet sehr gut los kommen ab in die zone die kommt da der gegner den hol ich mir hat ihn einmal 126 von oben von oben von oben hol dir ja ja hol dir was hol dir was nicht einfach hier so umstehen jetzt kommen sie von hinten die komponenten achtung lass die jetzt da oben lass die lass die lass die jetzt die sind jetzt im sandwich geh weg geh weg mann wo kam er denn jetzt her ist das nervig sehr gut geholt wo du bist hol dir hinten noch brauchst bisschen blue life und green life ja hier zünd an genau hock dich so ein bisschen hinter den stein nicht regt ins feuer gehen dann brennste schleichen jetzt wenn die hier oben sind hier vorne sind sie die pushen den achtung lass die lass die lass die lass die lass die ne 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 du sollst schon vielleicht kannst du gleich einen legen verstecken sich dahinter jetzt mach jetzt der liegt sehr gut jetzt wird gleich die zone fressen oder hat den rausgeholt sie ist er wird irgendwo hier unten wiederbeleben da unten in der stillsteht kann ich ihn holen der sucht dich ja auch lass ihn du musst gucken was der andere macht nicht dass er den wiederbelebt jetzt er wird ihn wiederbeleben da unten ok 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 der ist gestorben nicht mehr mit sniper rumrennen der wird dich jetzt gleich suchen du brauchst die andere waffe genau gucken wir ein bisschen nach oben wo ist er denn der war gerade da unten ja der ist gestorben der kam da nicht mehr hoch weißt du